Wie wichtig ist die Niere bei der Covid-19-Erkrankung? Ich bin als letzten Jahresmitglied des UMG-Krisenstabes der Klinik und Konsilarzt für die Allgemeine Innere auf der Covid-19-Intermediate-Care-Station, war der Erste, der eine internationale Veröffentlichung über die Covid-assoziierte Nierenentzündung veröffentlicht hat und habe zusammen mit meinen Hamburger Kollegen zwei Veröffentlichen über die wissenschaftlichen Grundlagen der Nierenbeteiligung beantwortet. Nun, ich möchte meinen Vortrag anfangen mit, was sind denn eigentlich die Haupttodesursachen bei Covid-19, also bei der Coronavirus-Infektion? Hier hat sich mittlerweile herausgestellt, dass thromboembolische Ereignisse, also Verstopfungen in den Blutgefäßsystemen, eine Haupttodesursache sind. Dazu kommen Gefäßereignisse wie Schlaganfall, Nierenentzündungen und auch Herzmuskelentzündungen, die sich im Rahmen einer Endothel, also einer Gefäßschichtentzündung, abspielen. Es kommt zum Lungenversagen und Kreislaufversagen, zum Lungenschaden durch bei schweren Fällen unsere mechanische Beatmung, also durch unsere Beatmungsmaschinen. Wir haben Infektionen, Blutungsereignisse, die teilweise auch durch unsere medizinischen Eingriffe verursacht sind und Nebenwirkungen von Medikamenten, beziehungsweise in der Situation von Covid-19 auch die fehlende Wirksamkeit von Medikamenten, weil wir nach wie vor keine guten Medikamente haben, um die Erkrankung besser zu behandeln. Nun, jetzt mache ich einen harten Schnitt, weil mein Thema ja ist, wie schwer ist die Niere bei Covid-19 mit betroffen. Der harte Schnitt ist für einen Nephrologen ein einfacher, nämlich die Urinanalyse. Also wir gucken jetzt hier mit einem Mikroskop auf den Urin. Und ich werde Ihnen in den nächsten Folien zeigen, wie gut der Urin geeignet ist, um abzulesen, wie der ganze Körper auf eine schwere Covid-19-Erkrankung reagiert. Nun dazu ein nächstes Bild, das ich von meinen Hamburger Kollegen bekommen habe. Hier sehen Sie ein Nierenkörperchen. Wir haben eine Million Nierenkörperchen unter den Nieren, das ich nochmal weiter heraus vergrößere. Und hier sehen Sie jetzt tatsächlich oben, dieser Kreis ist ein rotes Blutkörperchen. Und diese kleinen schwarzen Punkte hier, das sind die Gefäßwände, die in der Niere freiliegen. Und einen gehörenden Filtrationsdruck ausgesetzt sind. Jetzt stellen Sie sich noch meine Herzfrequenz und meine Aufgeregtheit während des Vortrages vor. Und Sie sehen, wie sehr die Niere dem Stress ausgesetzt ist. Zusammenfassend produziert die Niere 150 bis 200 Liter Harn pro Tag. Und dieser Harn wird in den Nierenkanälchen weiter hinten zu 99% rückreserviert. Also die Niere ist eine Hochleistungswaschmaschine. Und das erklärt auch, warum wir an dem Urinstatus ablesen können, wie sehr der Körper gerade bei Covid-19 leidet. Dementsprechend habe ich hier als Überschrift gewählt, dass die chlomeruläre Filtration, also die Nierenwaschleistung, ein Seismograph, ist also ein Erdbebenmesser über die Schwere der Covid-19-Erkrankung. Wir können tatsächlich an einem banalen Urinsticks, und ich habe Ihnen hier an Urinsticks quasi herausvergrößert, ablesen, rot eingekreist, ob die weißen Klubkörperchen auffällig sind im Urin, ob die Eiweiße auffällig sind im Urin. Hämatorie heißt, dass Blut im Urin ist. Und bei einem niedrig spezifischen Gewicht wissen wir, dass die Tubuluszellen den Nieren mitleiden. Nun, zusammenfassend scheint es so zu sein, dass die Nierenbeteiligung bei Covid-19 uns Auskunft darüber gibt, ob es einen Endothelzellschaden, also praktisch einen Gefäßschaden gibt. Es gibt uns auch Ausschlussaufkunft darüber, ob es zu Lungenwasser, also einem Lungenödem, gekommen ist und ein Kreislaufversagen droht. Es gibt uns Auskunft darüber, ob bestimmte Infektionen durch Verlust an Eiweißen überhand nehmen können. Und es gibt uns auch Hinweise darauf, ob manche Medikamente vielleicht schlechter wirken, weil sich die Plasma-Eiweiß-Bindung verändert hat. Hier in Rot zusammengefasst, dass tatsächlich eine Urin-Analyse mit einem Stix uns Auskunft gibt über die Dichte im Urin, also die Urinosmolarität, die weißen Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen und die Eiweißerscheinungen im Urin. Und das haben wir bereits im März, April letzten Jahres genutzt, um unseren Assistenzärzten, dem Team auf der Station, einen Algorithmus an die Hand zu geben. Und um das übersichtlicher zu machen, konzentrieren Sie sich jetzt bitte nur auf die Farben. Die grüne Farbe soll hier nachher im Ampelsystem symbolisieren, dass der Urinstatus negativ ist, also unauffällig. Und hier empfehlen wir alle drei Tage auf Station den Urinstix zu wiederholen. Und Rot heißt, der Urin ist auffällig. Und da werden dann weiter hinten die Patienten aufgeteilt in ein hohes oder mittleres Risiko, auf das ich weiter noch eingehen werde in den nächsten Folien. Wir haben dann unseren Assistenzärzten auf der Station eben nach dieser Einteilung einen kleinen Algorithmus an die Hand gegeben, den es sich jetzt nicht lohnt, hier genauer zu erklären. Wir haben praktisch einen Crashkurs für die Ärzte vor Ort zusammengefasst, auf der es jetzt besonders zu achten ist, aufgrund des auffälligen Urinbefundens. Nun werden Sie sich fragen, Professor Groß kann hier vieles erzählen, was an der Niere angeblich passieren soll. Und das kann man, beziehungsweise das haben wir zusammen mit unseren Hamburger Kollegen auch wirklich belegen können. Hier auf der linken Seite sehen Sie jetzt den Todeszeitpunkt von schweren Verläufen in Hamburg, im Universitätsklinikum Hamburg. Die rote Kurve sind die Patienten, die eine Nierenbeteiligung hatten. Und die blaue Kurve sind die Patienten, die keine Nierenbeteiligung hatten. Das sind alles posthume Daten, also Patienten, die dann obduziert wurden, als sie gestorben sind. Aber auch hier zeigt uns schon die rote Linie, dass die Patienten mit einer Nierenbeteiligung einen schwereren und schnelleren Verlauf hatten. Wenn man jetzt die Nieren nach dem Tod in Reagenzien nimmt und weiter mit Reagenzien versorgt, hat man zwei Tage nach dem Tod unserer Patienten zeigen können, dass das Virus zu tausendfach höherer Menge in den Nieren vorkommt. Und damit war der erste Nachweis geliefert, dass das Virus nicht nur in der Lunge, sondern auch sich in der Niere vermehren kann. Also wenn Sie so wollen, ein Nachweis, dass natürlich Covid-19 über die Lunge in das System, in den Körper hineindringt. Aber letztlich erst, wenn der ganze Körper betroffen ist und die Niere ist hier nur ein Beispielsorgan, an dem man das so schön zeigen kann, dann sind eben auch Herz, Lunge, Leber und andere Organe betroffen und es zeigt uns die Schwere der Erkrankung. Nun, diesen Algorithmus haben wir als Studie auch schon im letzten Jahr veröffentlicht. Und ich zeige Ihnen jetzt diese Studienergebnisse und hier auch wieder, um es etwas einfacher zu machen, tatsächlich dieses Ampelsystem. Die grünen Patienten sind die mit einem unauffälligen Urin und die schwarzen sind mit einem auffälligen Urin. Und die schwarzen wurden noch unterteilt in gelb und rot. Unsere Endpunkte waren, wie schnell muss ein Patient auf Intensivstation oder wie schnell verstirbt der Patient. Und hier sehen Sie schon an den roten, an den schwarzen und grünen Kurven. Grün nochmals ist der unauffällige Urin. Schwarz heißt die Nierenbeteiligung ist da, dass schon der Urinstix in der Notaufnahme, wohlgemerkt in der Notaufnahme, uns vorhersagt, wie schwer der Verlauf bei den Patienten ist. Noch interessanter für uns Kliniker sind natürlich Daten, tatsächlich in der Notaufnahme vorherzusagen, wie schwer wird unser Patient krank werden, weil es uns ermöglicht, dann noch präventive Maßnahmen, also schützende Maßnahmen einzuleiten. Deswegen möchte ich darauf aufmerksam machen, dass unsere größte Gruppe in dieser Analyse die gelbe Gruppe ist. Das sind die Patienten, die ein mittleres Risiko haben für einen schweren Verlauf und dass uns der Urinstatus in der Notaufnahme ermöglichte, schon früh vorherzusagen, dass diese Patienten unsere besondere Fürsorge brauchen, um den schweren Verlauf, nämlich die Intensivstation oder gar den Tod, zu verhindern. Und dass ich das jetzt schon zusammenfassen möchte, wir haben einen Algorithmus erstellt, der mit einem ganz banalen Urinstatus anfängt. Und das ist eben der strategische Vorteil, wenn es darum geht, die Patienten frühzeitig in der Notaufnahme einzuschätzen, ob sie einen besonders schweren Verlauf haben werden oder gegebenenfalls auch ambulant bleiben können. Wir haben damit ermöglicht, dass die Therapiestudien für bessere Therapien besser durchgeführt werden können. Wir haben unsere eigenen Therapieempfehlungen innerhalb des Krankenhauses adaptiert und damit unsere präventiven Maßnahmen verbessert. Ein Urinstix kostet wenige Cent. Er ist sehr billig und er ist sehr praktikabel und dementsprechend universell einsetzbar. Und wir sind auch schon dabei, in ambulanten Studien, zum Beispiel in Altenheimen und Pflegeheimen, den Urinstatus als Seismograph zu nutzen. Ich möchte Ihnen jetzt noch als letztes Beispiel einen Ausblick geben, wie geht es weiter, wie sehr wird uns Covid-19 auch in der Zukunft, wenn wir die Infektion besser und besser in den Griff bekommen, beschäftigen. Das sind die ersten Daten von Anfang dieses Jahres über sechs Monatsverläufe in China, wo das Virus ja als erstes ausgebrochen ist. Und diese sechs Monatsverläufe hier nur rausgegriffen, die Nierenfunktion zeigen uns, dass im Akutereignis letzten Jahres in Wuhan in China hatten über ein Drittel der Patienten einen Nierenschaden, als sie ins Krankenhaus gekommen sind. Und sechs Monate später konnte man noch bei ungefähr einem Drittel der Patienten Spätschäden der Niere nachweisen, sodass wir davon ausgehen, dass die Patienten, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten, aufgrund ihrer Schwere der Covid-19-Infektion im gehörenden Ausmaß auch einen chronischen Nierenschaden davontragen und weiter nephrologisch betreut werden sollten. Und als letzte Folie der Ausblick, wie sehr wird uns die Impfung helfen? Hier nur aufgeteilt die neutralisierenden Antikörper gegen das Covid-19-Virus vor sechs Monaten und nach sechs Monaten. Die blaue Kurve sind die Patienten, die im Krankenhaus infiziert waren und einen hohen Antikörper-Titer, also eine hohe Infektabwehr hatten. Und sechs Monate später war diese Kurve bereits abgeflaut, sodass man davon ausgehen muss, dass nach sechs bis zwölf, vielleicht auch erst nach 18 Monaten, die Reinfektionsrate mit Covid-19 wieder beginnt. Also ich gehe davon aus, dass uns Covid-19 und die Spätschäden noch die nächsten Jahre begleiten werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.